mal kurz auf dem den 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 die verkehrt die die das ist auch glück von wahrscheinlich 0,000 0 0 1 das ist gestorben weil es gegen den Kopf gekommen ist oder ja nicht durch das Gas sondern weil er ja wie das war super what what 20 20 20 rechtes Ostfenster war sie reingekommen so bin ich da wo ist sie jetzt du Rassel was du hast du das schaffen doch jetzt sie wurde gemarkt von irgendwem da da ist am linken fenster noch einer pass auf triple 3 recht recht jetzt recht hey 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 ja 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 na ich meine die beiden da wo ist denn ich muss mich hier konzentrieren danke aber gut mit dem Kreuz wuh wo war das Ostseite wieder weppelt admin rechtes Fenster wirft rein und kommt 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 weppelt rein rechtes Fenster Ost das passt das passt aber so wird es gespielt so wird es gespielt alter war das ein krampf das ist ganz sicher ja doppelt bei beiden fenstern da war noch einer danke da ist aber der Fuser noch einer weppelt noch einer weppelt ja oder so ne oder halt so das ist ist aber noch in der Ecke rechts gewesen ich glaube da ist noch einer der war's schön und zeig herrlich 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 ich glaub kann der Roma wer kennt es nicht und zack herrlich 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 war das immer was ach Mensch grüß ich habe es doch gemacht mit dem öhen bett legen Sag mal, Chris, ist das dein Ernst? Da liegt übrigens auch der Diffuser. Ja, behind Bomb B ist Jäger. Ja. Oh Gott, war das ekelhaft, knapp. Das war jetzt ein bisschen Lacken. Oh, noch weiter, Yellow. Yellow? Wendeltreppe, Wendeltreppe oben. Dem in Belgien. Dem geht's so. Ah, Mann. Was wird das, wenn es fertig ist? Wieso schießt der auf den Leid? Warum schießt der auf mich? Das ist nicht Chris, das ist ein Wendem. Ja, Junge, was soll das? Ich hab hier gerade gar nichts. Warum hier gegenseitig voll alles ist. Michi, du kommst am 18. Jahr zurück, hast du gesagt, ja? Also aus Amerika. Äh, ich glaube, der war schuldig. Finde ich irgendwie so voll lustig, so. Wir hocken alle hier so in der Gegend, ja? Und genau so zwei, drei Tage ist es hier in Amerika und wir in Japan. Oh, mein Gott, das ist doch so geil. Michi, jetzt auch noch so labern, ey. Die Diskatur. Oh, shit, jetzt war Alex der Türchen, hat der nicht geschossen. Hast du mich getroffen? Ich kann sein, dass ich die einmal kurz gehittet hab. Weil der Gegner gerade vor mir stand. Alter, warum klappt das überhaupt noch? Was denn? Die Taktik hier. Was ist denn die Taktik? Christian, dieses Wochenende funktioniert alles. Lol, was? Alter, weißt du, wir machen sogar noch einen Teamkill. Ich war... Und, äh, dann können die nicht mal die Klappe halten! Meine Güte! Mario, was war dein Problem? Boah, ey! Ich hab nur gesagt, jeder Taktik funktioniert das Wochenende. Niemand mag euch! Es ist Rainbow, es ist Rainbow Six Siege. Ey, die beiden gehen so einen auf den Keks, ne? Die beiden Wendant. Er ist der Teamkill, ey, gut, Alex. Alter Schwitte, das kann doch nicht angehen bei dir. Ich hab jetzt beide gemutet, das ist schrecklich. Du bist aber Wildstairs, ne? Du bist Wildstairs. Oder ich. Hier, RCS. Schön, Schild. Wie sind die? Nein! Fuck! Wieso hab ich nicht? Nein! Oh mein Gott! Wildstairs, Wildstairs, Wildstairs. Hast du das gesehen? Nein! Warum, Schüsse! Warum?! Ich hab wieder bei Jed markert. Scheiße, das ist Schiss, Alter. Das bringt mir auch nix. Soll jetzt ein ganz Fade spielen, so. Äh... Sag der Redstairs, Redstairs. Kommt dein Schild und dein Ding ins Brightstairs. Ich wusste ja nicht, dass die so unnötig gehen. Du musst dir einfach vorstellen, jeder Spieler wäre ein Umut. Oder mindestens 50%. Oh mein Gott, diese Schorsch, irgendein Wix. Sieh, der Gongos spielt auch mit, ne? Ach echt? Ja. Knall ihn ab, knall ihn ab, knall ihn ab, knall die Bitch ab! Aaaah! Das war scheiße. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Alter, der ist erstmal nach! Ja! Umut vielleicht, ähm... Oder ne, passt schon. Reinspringen und dann nach links achten. An der Stelle, an der ich immer lag. Bist du denn, rechts in der Ecke ist ein Schild, dahinter sitzt aber noch keiner. Okay. Das sollte ich jetzt schon machen. Äh... Irgendwas frei. Warte, Legion, komm! Okay. Kann rein. Okay, komm, 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 komm! Ich smoke, ich smoke direkt, ja? Ja. Okay. Das ist eine, das ist eine. Zugriff! Socke! Wenn da nicht ein Trap, aber... Warte, 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 warte! Ich kann grad nicht decken. Der wird gestorben. So, weg da, ich kann schießen. Ich bin fast durch, ich bin fast durch, ich bin fast durch. Oh, verdammt, sorry! Alter, ich bin die ganze Zeit hier auf, oder nicht? Wow! Double Headshot! Du hast mein Klingel gehört. Was soll das denn? Was ist das denn? Ich bin loscht, ne? Ich hab leider nicht gesehen, ich weiß. Doch, ne? Oh, das fängt ja gut. Genau. Bleib mal ein bisschen so, bleib mal ein bisschen so. Ich treff ihn einmal nicht, er geht zurück. Er geht wieder vorne, ich bin headshot. Was, er guckt mich kurz an, guckt er nach vorne, boh, tot. Aber am Sonntag, guck! Ja, Chris, du hast keine Ausreden mehr. Ich hab's vor zu gucken. Wer, wer, wer dacht hier was von Ausreden? Hä? Das ist auch voll zu gucken. Problem ist bei mir nur halt, dass, äh, je nachdem hochgucken und halt, ähm, Geld. Das denke ich, dass wir auch nicht sehen. Gucken muss ja nichts mit Geld zu tun haben. Was war's denn, Chris? Was war's denn? Ich hab' ich gar nicht gesehen. Rollhack 2.0! Ich hab' kurz, siehst du die drei Löcher? Guck mal, Mario, Mario! Mario, siehst du diese drei Löcher? Ich hab' grad blind reingeschossen. Und'n, äh, Headshot reingedrückt. Ach komm, du kannst ja. Reloading! Schön. Warum machst du's mit der Keratos? Du hast doch noch eine normale Waffe. Ja, die ist überhaupt besser. Deswegen bin ich mit der Keratos. Weil sie einfach besser ist. Drip Main Weapon. Immer Keratos. Jaaaa! Warte. Keratos! Still! Drip Main! Zwei müssen Twain sein. Monty und noch jemand. Monty ist hier. Monty ist tot. Warte. Ja, die hat mir geholt ne Ball. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Und sogar ein No Skull-Headshot. Hast du ne Wand? Bitte hab ne Wand, bitte hab ne Wand, Mario. Michi, hast du ne Wand? Warte, du hast die daneben gesetzt. Wie geil. Die haben die Wand geöffnet, um rauszuspringen. War meine draußen. Mach die Wand zu. Das ist so herrlich, das ist so interessant. War doch nett, oder? Und sie stürmt. Ich höre Steps von Gegnern. In der Nähe der Garage. Ja, Garage ist jemand. Ich glaube auch bei Blue. Ja, da war einer im Blue. Jux! Alter, Garage. Äh, Recruit. Hm, schön. Das, äh... Rappi wurde von dem Recruiten geraggt. Ja, es sind drei oder vier, äh... Ja, einer von denen ist tot. Ja, es sind noch zwei, äh, Ding... Noch einer tot. Sehr gut. Es ist noch einer im Garage. Ich glaub ein Ding dort. Wir waren richtig im Garage. Jux! Ich sag einfach gar nichts mehr, okay? Weil jedes Mal, wenn ich irgendwas sag, dass da noch jemand ist, ähm, tot. Ist doch gut. Sollen wir sie nicht töten? Nein! Oh, hier ist der Fuser. Gut zu wissen. Oh, lol. Ah, nee. Vergass! Vergass! Schau mal. Oh, lol. Was hat denn die Beine da geschrieben, bitte? Was? Als ob! Da waren beide da. Oh, oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was zum Teufel? Oh, mein Gott. Weg da. Digga, du hast ihn... Du hast ihn... Du hast ihn in den Dropper runtergeballert. Ja. Du hast ihm die rechte Kante gegeben, Mann. Oh, da. Ab, wenn du... Ab, wenn du... Weiblings-Twitch. Wie geht das denn? Du hast ihn nicht verloren. Der Fuser ist in der Registrierung. Office. Wir sind los. Add my position. Wunderbar. What? Alter! Ja klar, ich messe und ich treffe sie nicht, ne? Oh Gott! Scheiße! Läuft bei dir. Ja ist gut Jungen! Oh Gott! Ganz ruhig! Ja ist gut Jungen! Wir haben es beide umgebracht. Boah! Nicht mehr! Oh! 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 Alex! Junge! Fast im Anschluss rein! Hab ich gerettet, Mann! Und da ist noch jemand! Jungs ist mir da! Äh! Krillst du! Krillst du! Ich hätte dich schon fast wieder umgebracht, weil du... Falle! Jungs ist safe von außen! Da war noch jemand! Ich hab den Wittel da hinten gesehen! Boah! Ich hab die ganzen Grunaden für dich abgefangen, Chris! Du bist mein Held! Dann sollte es auf diesem Server eigentlich gehen, oder? Ja, das wär ein krasser Rang, ne? Ich hab ihn noch nicht mal richtig gesehen! Chris, wie bist du da reinkommen? Chris, warte, Chris, Chris! Ja, ja! Ja, schlapp direkt! Weißt du? Als hätte er es schon auf der Tastatur getippt, ne? Hier kannst du übrigens auch aufstellen, Mann! Na wo? Ja, der Hämmer-Typ! Wirklich so! Ich fühle mich wirklich ungehämmt! Hier kannst du übrigens auch aufhämmern! Ich... Weiß nicht, wo wir hier eine Camp haben, die mich die ganze Zeit campt, ähm, ähm, ähm... Sie ist jetzt doch schon auf! Sie ist jetzt doch schon auf! ...detektet! Hast du mir jetzt, Alter? Ey, das soll ich... Da, crazy, in Church! Ah! Ah! Okay, doch nicht! Mann, du Klaus'n doch nur killst, ne? Weißt du mal, wie viel fliegst du gegen Kester? Geh weiter! Ne, ich will auch! Dankeschön! Schau mal, das hätte ja klappen können! Jetzt hat er noch reingekillt! Als ob! Du! What are you doing? Er hat davor schon ziemlich viel gemacht, ne? Er hat mich... Er hat mich gekillt! Ja, Alter! Was für'n Trottel! Macht er das absichtlich? He's injured! He's injured! He's injured! Right in front of you! No! 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 Oh, you found him! Oh, you found him! Ey, weißt du... Er töte zwei von uns! Das war ein 4k! Das war ein 4k! Ja, in... Dumbass! What do you mean? Dude, I fucking free fired! And you fucking ran in front of me! I fucking did nothing fucking! Haha! Nein! Ah, das ist deine Schuld! Der hilft dir jetzt auch nicht mehr! Jesus, kann ich dir helfen! Because you killed him! Second time! Dude, I was fucking spraying! You can see that I'm shooting my fucking gun! It doesn't need to run it... Nein! 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 Da bin ich gegangen! Was danach passiert ist... Zu Toilette ist ne Barrikade! Ja, in... ... in Train ist der... Doc! Doc! Nein! Er kommt! Ich hab noch 20 AP gehabt! Ja, rechts ist... Ne, 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 ne! Da grad raus! Halt! Chris geh doch lieber einfach rein Ich wollte eigentlich doch schnell tüten Hä? Wieso? Ich kann grad schon wieder nicht zielen, Alter Ist ja dumm Wo ist der doch hin? Der ist hinter, hinter zu Daycare Ich kann grad schon wieder nicht laufen und zielen Ja du siehst ihn Chris hier Ah, ich kann schon wieder nicht laufen und zielen Der ist runtergesprungen Der ist hier links hoch Wahrscheinlich Schön Ich kann nichts mehr machen, Alter Ich kann nichts mehr machen, Mensch Ja ist okay Ich kann aber noch was machen Das heißt aufs Dock, geh einfach in den Raum Wo Michi und Anti Versuchen einfach zu safen Was noch zu safen ist bei ihm Was gibt's nicht Okay Ja stimmt, das ist ein Ding Auf was man verletmen kann, einer kommen Auf was man verletmen kann, Dock kommen Ausfahren Eins Er ist drin Ist verletzt Jawohl Gut Clipped hast du Ich? Ja quasi 4 von 5 Also 4 von 5 Chris Ja Ich Nice aimbot Warte Das musste noch rein Nice aimbot Das musste rein Aha, da schießt was Da steht was davor Da steht aber ein Bills am Montagne davor Montagner Montagner Undere Türe hier rechts Ja Undere Türe hier rechts Genau Da sind 3 Legion Traps liegen hier Lass ruhig reinkommen Ist safe Ja Hat 2 von 3 Liefen Traps Monty Ja ich hab auch noch einmal getroffen Einer liegt noch drauf Keine Ahnung warum er den nicht hat Er kommt wieder Er hat wieder einer Einer liegt gerade Monty last Diffuser ist immer noch Ein Meeting Einmal durch Ok nicht nicht Ok Ist ne Stuhle? Ja Die gibt's im Cockpit Ich pisse auf die Gegner Mario kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario sag einfach ja oder nein Äh ja Achso darfst du ruhen doch So wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt Ja Tankverbote ist am Start Zaron Die Achterwanne geht so ab Die Stänze mit der Gänse Ähm Ähm Das ist Das ist Das ist Oh mein Gott Das ist Das ist Das ist Vielen Dank.